Wir wollen uns heute mal den Movavi Video Editor 2024 ansehen, der kommt ja traditionell zum Ende des Jahres immer raus für das nächste Jahr. Ich habe schon geupgradet und wie das Programm grundsätzlich funktioniert, könnt ihr euch in einer der älteren Folgen von mir zum Movavi Video Editor ansehen. Ich will hier heute überwiegend mal nur auf die Unterschiede eingehen, auf die Verbesserungen und die offensichtlichsten Neuerungen und das Ganze auch im Schnelldurchlauf. Lohnt sich die neue Version, lohnt sich die nicht? Das ist auch etwas, was sich über eine längere Zeit dann erst ergibt. Also ich werde das sicher eine Weile testen müssen und dann mache ich vielleicht bei nächster Gelegenheit nochmal ein ausführlicheres Video zum Thema. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt erstmal die Unterschiede grob an. Ich bekomme von Movavi leider kein Geld, ich muss mir das Programm jedes Jahr selber kaufen. Movavi Video Editor ist mein bevorzugtes Schnittprogramm unter Windows. Es gibt noch eine Menge andere Schnittprogramme, die ich zum Teil auch schon vorgestellt habe. Ich benutze das hier am liebsten. Was benutzt ihr am liebsten? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und damit halli hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Der Movavi Video Editor. Also hier sehen wir den alten Video Editor. Da lade ich jetzt mal ein Projekt und dann sieht das Ganze so aus. Das heißt, wir haben hier unten unsere Timeline. Wir können da auch ranscrollen, wegscrollen, Tonaufnahmen machen. Schaut mal, das regt mich wahnsinnig auf. Schon seit zwei Versionen von Movavi. Man muss hier ganz exakt irgendwie das Minus erwischen. Man erwischt es nie beim ersten Mal. Gleich verhält sich das Plus. Das ist so ein bisschen ein Design-Bug. Man kann das Ganze hier verschieben. Und dann lässt es sich etwas besser bedienen. Aber beim nächsten Programmstart ist das hier alles wieder verschoben. Das regt mich wahnsinnig auf, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Und dieses Problem haben sie endlich in den Griff bekommen. Das ist schon mal so die offensichtlichste Neuerung. Das hier ist nämlich jetzt der neue Video Editor. Movavi Video Editor 2024. Der 23er sieht so aus. Der 24er sieht so aus. Und auch hier öffnen wir mal ein Projekt, damit wir einen direkten Vergleich haben. Und ihr seht schon den Unterschied. Also dieses Gepfrimel hier mit diesem verschiebbaren Menü. Das haben sie jetzt irgendwie anders gelöst. Für mich ist es deutlich aufgeräumter und schicker jetzt. Ihr seht auch an den Farben unten in der Timeline, dass die Kurven wesentlich besser erkennbar sind. Irgendwie sind hier wohl Geräusche in-game. Und die werden uns auch angezeigt. Aber wir müssen super nah ran zoomen, dass wir da überhaupt irgendwas erkennen können. Das ist auch so ein bisschen ein Designfehler meiner Meinung nach. Und auch das ist viel besser geworden. Also diese neue Farbauswahl ist für mich eindeutig die gelungenere. So, dann haben wir ein paar neue Buttons. Die will ich mir auch noch kurz ansehen. Das ist zum einen der Schneiden-Button. Wenn ich den klicke, kann ich mein Video an beliebiger Stelle einfach schneiden. Das Ganze können wir natürlich auch wieder zurücknehmen. Mit der Tastenkombination STRG Z zum Beispiel. Oder über das Menü. Oder wir arbeiten halt mit Objekten. Dann können wir die Objekte, die schon da sind, anklicken. Und wir können weiterhin per STRG B zum Beispiel unsere Schnitte machen. Oder wir klicken einfach mit der Maus rechts und klicken dann auf Teilen. Also das sind zwei neue Buttons, die hier hinzugekommen sind. Markierungen hinzufügen. Das gab es vorher auch schon. Die Ränder der ausgewählten Clips abschneiden. Farbanpassungen, Clip-Eigenschaften. Übergangsassistent. Der Übergangsassistent ist auch neu. Soweit ich weiß, hier können wir einen Übergang für alle Clips festlegen. Also wir können zufällige Übergänge auswählen lassen. Oder wir wählen einen bestimmten Übergang aus unserer Bibliothek. Und dann können wir das eben für alle Clips übernehmen. Und können dabei auch noch die Dauer des Übergangs anpassen. Das ist neu. Und dann klicke ich jetzt mal auf Hilfe. Mail Start Tutorial. Da werden uns mal noch kurz die Funktionen erklärt. Um Dateien hinzuzufügen, klicken Sie auf Dateien hinzufügen oder ziehen Sie sie einfach in das Editor-Fenster. Um mit dem Erstellen von Videos zu beginnen, ziehen Sie Ihre Dateien aus dem Medienbehälter in die Zeitleiste. Klicken Sie auf mehr Werkzeuge, um die Liste der Video- und Audio-Tools zu öffnen. Wählen Sie den Clip aus und führen Sie eine schnelle Bearbeitung durch. Nehmen Sie Video und Ton für Ihr Video auf. Um das Exportfenster zu öffnen und das fertige Video zu speichern, klicken Sie auf Exportieren. Das war das Schnellstart Tutorial. Hier ist unser Mediencontainer. Da ist jetzt aus irgendeinem Grunde nichts drin. Projektdateien. Doch, das hier ist unser Mediencontainer. Und hier können wir noch zusätzliche Medien hinzufügen. Und von dort aus können wir sie dann in unser Bearbeitungsfenster reinziehen. Soweit so bekannt. Also allein die Designänderungen rechtfertigen für mich fast schon den Umstieg auf die neue Version. Das finde ich sehr gut. Und dann wird uns hier aber auch noch angezeigt, dass es ein paar neue Werkzeuge und Effekte anscheinend gibt. Und die wollen wir uns natürlich auch noch kurz ansehen. So, hier also dieser lilane Punkt macht uns auf Neuerungen aufmerksam. Und das wollen wir uns natürlich auch ansehen. Den Filter zum Clip hinzufügen. Um einen Filter hinzuzufügen, wählen Sie ihn aus und ziehen Sie in den Clip. Das ist nun keine neue Funktion. Es gibt allerdings, wenn ich das richtig sehe, einige neue Filter. Wenn auch nicht viele. Zum Beispiel den Viewfinder. Gucken, was der mit meinem Intro macht. Also ist nur ein Beispiel. Weichzeichnen, Vignette, Verzerrung. Da kann man sich gerne mal durchprobieren. Colored Sketch ist ebenfalls ein neuer Effekt. Ansonsten sind die Neuerungen in dem Bereich, glaube ich, übersichtlich. Ich mache die jeweils gleich wieder rückgängig. Hier unten gibt es unter Smart noch eine komplett neue Kategorie. Das heißt, hier ist alles neu. Viewfinder, Pencil Sketch. Also dadurch wirkt das so ein bisschen gezeichnet hier. Auch interessant. Regen, Shattered Glass. Und wir sehen hier jeweils auch eine neue Vorschau des Filters. Also wir können uns gut vorstellen, wie das dann im fertigen Clip aussieht. Die Vorschau ist also auch wesentlich besser, wie die vorher im Vorgänger. Das sind die Filter. Dann gibt es hier noch Überlagerungseffekte. Das ist so was ähnliches. Und LUTs. Klicken Sie auf das Plus-Symbol. Sie können nur Dateien im Cube-Format verwenden. Das also neu im Bereich Effekte. Und dann gibt es noch hier im Bereich Tools angeblich einige Neuerungen. Wobei ich da jetzt nicht so explizit drauf hingewiesen werde. Doch da oben im Bereich Farbanpassung gibt es die Neuerungen. Da gibt es ebenfalls neue Möglichkeiten, die Farbe anzupassen. Weiches Pastell, See im Wald, Rubinrot. Wir probieren das mal. Ja, dadurch wird einfach der Clip ein bisschen verfärbt. Ebenfalls neu. Hier können wir auch im Handbetrieb arbeiten. Logotyp. Da kann man Wasserzeichen in das ganze Video reinbasteln. Szenenerkennung, Hintergrundentfernung. Das ist auch eine neue Funktion. Personenhintergründe in Videos automatisch löschen. Weiß nicht, ob wir das mal probieren sollten. Das funktioniert vor allem wahrscheinlich gar nicht bei dem Clip. Ich probiere es trotzdem mal. Es dauert einen Moment. Also theoretisch soll das so funktionieren, dass ihr euch selber aufnehmt und dann ohne Greenscreen euren Hintergrund entfernen könnt. Und ich weiß nicht, ob man den dann sogar noch wieder neu hinzufügen kann. Wir werden gleich sehen, was hier rauskommt bei diesem kurzen Clip. Also es funktioniert jetzt vielleicht anders wie gedacht in dem Fall, aber zumindest wurde der Hintergrund entfernt. Die Person ist im Vordergrund sichtbar. Und da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch einen Hintergrund einfügen. Musik, Text, Effekte. Und außerdem gibt es natürlich Sticker, Beschriftungen, Rahmen, Hintergründe. Und wenn wir da jetzt etwas Neues hinzufügen. Müsste doch gehen irgendwie. So. Videotools zuschneiden und drehen. Können wir vorstellen, dass wir hier jetzt das Ganze irgendwie überlagern können. So, dass das nicht mehr so ganz penetrant im Vordergrund ist. Allgemein. Deckkraft. Ihr wisst, was ich meine. Dadurch kann ich den Hintergrund jetzt durchsichtiger machen sozusagen und habe einen neuen Hintergrund für mein Intro sozusagen. Also das ist nur ein Beispiel, ob das in der Praxis funktioniert mit einer richtigen Kameraaufnahme und so weiter. Das muss ich in Kürze mal in Ruhe testen. Das ist nicht so einfach, weil ich da die Dateien dann vom iPhone importieren muss und so weiter. Das soll wie gesagt nur mal ein kurzer Überblick über die Neuerungen werden. Ein kurzer Überblick sein. Und das war es dann auch schon wieder von meiner Seite her. Wir entfernen alle Änderungen und schließen das Programm. Wie gesagt, ich teste das in den nächsten Wochen ausführlich. Und dann gibt es wahrscheinlich in Kürze nochmal ein Langzeit-Testvideo sozusagen. An der Stelle aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für euer Interesse. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar. Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.